Wir sind fast da. Und wir gehen als erstes. Bevor jetzt irgendwas passiert, willkommen zurück. Bewege dich über das Schild zur anderen Seite. Ja, ja, ganz langsam. Ganz langsam. Oh mein Gott, das schaffen wir nicht. Das wackelt viel zu sehr. Weh, es passiert irgendwas am Ende, ich schwör. Nee. Fuck, 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 fuck. Los, hoch da. Los. Ja, man sieht dort, dass alles in Ordnung ist. Man sieht doch alles. Scheiß drauf, ich mach das jetzt. Ich finde, äh, finde mich, wenn ich unten bin. Wir treffen uns außerhalb der Stadt beim Zug. Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotels around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy. There's no other way. Boah. Scheiße, hier sind zu viele. Aber wir sind fast da. Ja. Machen wir jetzt einen Auf-Auf-Auf-Pier. Kamikaze-Einsatz. Naja, wir haben auch nichts mehr zu verlieren außer Clementine. Wir sind ja schon gebissen. Boah, ist das heftig. Mit dem Hackeball. Könnten wir uns nicht eigentlich theoretisch mit diesem Blut da einschmieren? Und dann wissen wir eigentlich nicht, dass wir das sind, oder? Weil wir sind ja schon gebissen. Wir haben ja schon irgendwas in uns. Weg mit euch. Oha. Oha. Das war heftig. Scheiße. Wisst ihr, was für ein Auto das ist? Da, wo wir die Vorräte gestohlen haben. Nein. Nein, 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 nein. Das darf nicht wahr sein. Das Haus der Familie im Arsch. Dammit. Das Auto war also nicht leer stehend. Außer irgendwer hat das Auto gefunden und ist weggefahren. Aber. Hm. Wo müssen wir denn? Hier? Okay. Lauschen. Man hört nix. Sollen wir reingehen? Oder können wir weiter? Ne, wir können nur hier rennen. Scheiße. Was? Was ist das denn? What the fuck? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwas passiert hier. Warum ist... Warum ist dann ein Seil? Hä? Check's nicht ganz. Fuck. Scheiße. I got us adjoining rooms. Hallo? Ich bring dich um. Hallo? Okay. This is civil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Put your things down. Let me out. Who's out there? This is Lee. Scheiße. Dann nicht. Dann nicht. Quiet, please, sweetie. Your things. There. Was haben die da dabei? Nur okitalki. Just be cool. Do I not seem cool? Wir legen einfach alles hin, was wir haben. Go. Sit down. Do you know who I am? Ich weiß... Ich bin mir nicht sicher, aber... Nein. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking... Who would have it out for me, huh? A few weeks back... There might have been a station wagon in the first place. Das ist doch eher verdammte Scheiße. Full of all sorts of food. Water. Things you need to survive. Yeah. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coached Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? Das interessiert mich nicht. Fang nicht damit an. Was... Es tut mir leid. I'm sorry. Whatever it is. Whatever happened. You have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Have you ever hurt somebody you care about? Fuck, yeah. Yes, of course. Who? Clementine, Ben. Meine Frau. Ben. Ben, meine Frau. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? Das ist jetzt auch egal. Aus mancher Art. It doesn't matter. If you say so. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said you are a monster. We all went out looking for him. We never found him. I hurt her. So bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back Lee but not after that. Tut mir leid. Das ist nicht meine Schuld. Du hast es vermasselt. Nein. I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamme me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them. A day later. In the road. Do I look like a monster to you? No. No. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. Ich habe sie dort beschützt. I did what I had to. You abandoned a defenseless grieving woman. Sie hat es verdient. Du warst nicht da. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boys. You stole that from us. Wir waren einfach hungern. Es war kalt. Das ist doch nicht alles. Ich habe es vermasselt. Wir waren verhung. Es war kalt. So meine Familie verhung in der Kalt. Okay, ganz ruhig. Wie konnte du all das wissen? Clementine hat ihnen alles gesagt. Es tut mir leid. Gib mir einfach Clementine zurück. Es geht auch anders. I'm sorry. I hear that. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. Lee, I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Bist du verrückt? Ich hole dich gebissen, okay? Look. I was bitten. You were what? Yeah. I probably don't have a whole lot of time. Wow. Okay, then. Du willst dich um mich kümmern. Äh, nein. No. You're not taking her. Lee. I said no. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... Was ist da drin? I'm glad too. Was zum Teufel ist da drin? I wish you wouldn't have had to get this bad, but... Oh, fuck. Clementine, warum nur in die Schulter, verdammt? In den Kopf. Weg mit dir. Verdammt, weg, weg. Weg. Kick ihn doch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich drück, aber nichts passiert. Oh. Fuck, 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 fuck. Oh, er ist völlig verrückt. Du bist ein Huhnsohn. Nein, niemals. Danke, Clementine. Danke. Mein Finger hat schon wehgetan. Oh, fuck. 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 Du hast das Richtige getan. Es ist okay. Ich... Du hast das Einzige Richtige getan. Dein Arm ist weg. Warum? Das ist so schrecklich. Ich... hatte ein Verrückter. Wir sprechen über das irgendwo safe. Du schaust nicht gut. Ja, ich weiß. Hat er dir wehgetan? Hat er dir wehgetan? Nein. Nicht wirklich. Ich bin sorry, Lee. Cleo, es ist okay. Wir müssen dich irgendwo safe bringen. Und dann müssen wir sprechen. Okay? Ja. Alles ist okay jetzt. Wir müssen herausfinden, wie wir aus der Savannah so schnell wie wir können. Okay. Was ist ein krankes Schwein. Oh, fuck, Alter. Clementine, was ist los? Welcher Weg raus? Durch da. Was? Was? Ich habe sie echt nicht gesehen. Scheiße, da ist ein Kopf drin. Jesus. Schau da. Nein. Ich weiß. Was ein krankes Schwein. Okay, durch. Nein. Wieso hat er uns nichts angetan? Ich habe ihn nicht angetan. Ich habe ihn nicht angetan. Ich weiß es. Ich habe ihn nicht angetan. Du bist in all diese krankes Schwein. Ich habe ihn nicht angetan, um hierher zu kommen. Das ist wie wir aus der Savannahen rauskommen. Boah, was für eine Folge, ey. Was ein krankes Schwein. Ich wollte ihm die Wahrheit sagen, weil wenn ich am Anfang gleich gesagt hätte, ey, du Hurensohn verpiss dich, dann hätte er uns erschossen, denke ich mal. Und deshalb waren wir jetzt mal nett, haben alles vorgegaukelt und jetzt ist er weg. Jedem das, was er verdient hat. Ja, jedenfalls. Das war es mal für diese Folge. Wir sehen uns morgen. Ciao. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.